Willkommen zurück zu unserem Hardtalk-Pod-und-Vlog-Cast. Wir haben am Wochenende eine wunderbare Erfahrung gehabt mit einer Frau, mit der wir gerade coachen gemeinsam und das wollten wir einfach mal teilen, unseren Prozess und warum wir das wichtig finden, dass eigentlich jeder, jeder Mensch braucht einen Coach. Auch Coaches. Auch Coaches und ja, unsere Erfahrungen damit, warum wir das wichtig finden und wie uns das geholfen hat, das wollten wir halt einfach mal so ein bisschen becoachen. Ja, vielleicht kannst du erst mal erzählen, warum du selber Coach geworden bist, nur mal so umreißen. Gute Frage. Ich bin selber Coach geworden, weil ich, ja, mein Leben ist irgendwann nicht mehr so rund gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe und dann habe ich selber angefangen, mit Coaches zu arbeiten und habe einfach gemerkt, was das für eine, was das für ein Geschenk war, was ich mir damals gemacht habe, so dieses, mir das zu gönnen, mich mit jemandem auszutauschen, der für mich Raum hält, der mir neue Impulse gibt und der mir hilft, Dinge so durchzuarbeiten und zu heilen, die mir passiert sind oder ja, mit denen ich einfach schon so lange struggle und auch neue Perspektiven zu bekommen und das in einem gesetzten Rahmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil natürlich können wir uns auch mit Freunden, Freundinnen unterhalten, aber es ist einfach was anderes, weil wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und Freunde und Freundinnen werden in den meisten Fällen, wenn sie nicht super bewusst sind, auch immer ihre eigenen Themen mit auf dich drauf projizieren und damit ist es einfach nicht so ein sicherer Rahmen, der nur dir gewidmet ist, wie wenn du mit einem Coach arbeitest. Und dann hatte ich eine Erfahrung mit einer, mit der ich ein Trauma-Coaching gemacht habe zu bestimmten Themen und das hat mich dann so gecatcht, dass ich dann gesagt habe, das möchte ich weitergeben und so habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Super cool. Ja. Damit hast du mich auch angesteckt. Ich hatte jetzt mein erstes Coaching vor, oh, ist auch schon wieder ein bisschen her. Wo war ich mal da? Ein paar Monaten. Ein paar Monaten, im Baltikum waren wir da? Nee, in Spanien. Waren wir da in Spanien? Ja. Stimmt. Und es war großartig, weil ich weiß, in unserer Beziehung besprechen wir extrem viele Themen und gehen da auch sehr, sehr emotional und tief rein, aber mal so eine neue Perspektive von jemandem, den man an sich nicht kennt und ihn nicht als Freund zählt, der einem aber offen gegenübersteht und mit klugen Fragen und mit einem Talent auf Menschen einzugehen, mal so Dinge mit dir bespricht. Du kannst dich leichter öffnen, weil du weißt ganz genau, okay, das ist jetzt mit Abstand eine vielleicht platonische Freundschaft, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ja, ich liebe es sowieso neue Insights zu bekommen und schaue ja auch gerne selber über den Tellerrand, aber manchmal ist es einfach nicht möglich, weil du bist halt nur eine menschliche Form, will ich sagen und hast deswegen natürlich auch nur die Erfahrungen, die du dir mitbekommen hast, die du dir selbst beigebracht hast, aber ein anderer Mensch bringt natürlich völlig neue Perspektiven rein. Selbst wir zwei haben, also teilweise, wir haben halt einfach unterschiedliche Leben gehabt, selbst eineige Zwillinge haben unterschiedliche Perspektiven auf manche Dinge, weil sie halt manche Situationen oder Erfahrungen, wann das wahrnehmen und deswegen finde ich, war das Coaching eine ganz großartige Geschichte, Glaubenssätze auflösen. Ja, das war mein Thema, war Angst zu versagen zum Beispiel. Das hat mir sehr geholfen, da auch mal einen anderen Standpunkt zu finden und was würde denn passieren? Also, ja, aber das ist so viel dazu erstmal. Und jetzt haben wir uns gerade entschieden, wieder oder ein Coaching zu machen, auch gemeinsam. Wir haben eine ganz wunderbare Frau gefunden, weil wir so mit ihr an unseren Zielen arbeiten, weil sich bei uns auch einfach gerade viel verändert und wir jetzt seit sieben Monaten auf dieser Reise sind, auf dieser Reise zu uns selbst und jetzt merken wir, okay, es kommen die nächsten Schritte. Das ergibt sich auch sehr natürlich irgendwie. Also, ich glaube, das hat sich so eingebürgert, als wir festgestellt haben, oh geil, eine Tür zum Raum zu machen, ist ein Luxus, der irgendwann vielleicht schon mal wieder ganz spannend ist. Also, war auch für mich so. Ich habe jetzt überlegt, ob du das abstrakt meinst als Sinnbilder. Nee, ich meine eine echte Tür und ein echtes Zimmer. Weil ich gedacht habe, es ist auch ein Luxus, bewusst zu entscheiden, ich mache den Raum zu einer Erfahrung jetzt zu und öffne eine neue Tür. Ja, es geht für beides, es geht für beides, aber ich meine jetzt eher das Haptische. Also, für mich ist es nicht nur die Tür zu machen, es hat auch andere Aspekte, aber es gibt Leute, die machen das Vanlife über Jahre und das ist schön. Wir haben für uns einfach gemerkt, es war wie so eine kleine Geburtsreise und jetzt kommt so dieser Moment, in dem wir, wir haben zwei neue Unternehmen geboren, haben neue Webseiten dazu gebaut, haben uns auch ganz viel diese Zeit gegeben, zu schauen, was wollen wir eigentlich und das war ja auch unser Ziel, alles einmal zurücklassen, alles auf Null stellen und dann von vorne das wieder aufbauen und auf unseren Werten bauen und deshalb haben wir uns jetzt auch jemanden dazu geholt zum Arbeiten und jetzt haben wir am Wochenende die zweite Session gehabt und es war einfach, jedes Mal kommen wir so genährt und strahlend raus. Stefan hat danach ein Bild von mir gemacht und ich hatte ganz rote Backen und strahlende Augen, weil es einfach so, ich habe danach zu Stefan gesagt, es ist, gewisse Dinge waren ein Soft-Call-Out, ja. Wir haben, glaube ich, schon mal einen Blogpost darüber geschrieben, dass Planen zwecklos ist und doch verfallen wir manchmal in so einen Planungsmodus, wo wir schon alles gestalten und meinen, wir könnten das genau irgendwie und dann machen wir so und so und so und sie hat dann, sie hat uns dann sanft und liebevoll darauf aufmerksam gemacht, ob das wirklich das ist, was wir wollen und warum wir gewisse Dinge machen. Für wen wir eigentlich planen? Planen wir für andere Menschen oder sollten wir vielleicht erst mal für uns selbst gucken, was unsere Bedürfnisse sind? Genau und sie, also sie hat einfach ganz viele neue Perspektiven eingebracht, Impulse gegeben und das auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht verurteilend war, sondern einfach, wo wir das Gefühl hatten, wir sind, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir sind, wir sprechen vor allen Dingen mit einer Gleichgesinnten, das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, gerade wenn so, wie wir sind. Sie weiß auch, dass wir Life-Coaches sind? Gerade so, wie wir, ja, und gerade so, wie wir unser Leben, ja, nicht mal nur, weil wir auch Coaches sind, sondern vor allen Dingen auch, weil wir unser Leben auf die Art und Weise gestalten, wie wir es gestalten und dann ist das manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn man mit Freunden spricht oder Familie, die das nicht so genau nachvollziehen können, was man da jetzt für Ideen hat oder wie man sein Leben gestalten möchte, mit Menschen zu sprechen, die dann ein anderes Verständnis dafür haben und offen dafür sind und, ja, einfach von vornherein wohlwollend da reingehen mit der Intention. Mit so einer Selbstverständlichkeit, wo man, also, wo ich mir oft denke, wenn wir, wenn die Minute kommt mal manchmal so ein Impuls so, wow, wie selbstverständlich das für sie ist, wow, ich hätte gern mehr so Menschen, ja, also nicht, dass das jetzt alles, unsere Freunde und Familie sind gut, wie sie sind, aber einfach mal gehört und verstanden werden. Deswegen gibt es da den Hardtalk auch und ich finde, das kann sie sehr, sehr, sehr gut und da fühlt man sich gleich wohl und das ist halt eben auch die Distanz, dass sie nicht ihre eigenen Dinge auf unsere Situationen projiziert oder auf uns beide oder auch nur auf Das macht auf jeden Fall zumindest, das macht einen professionellen Coach aus, dass ein Coach sich davon trennen kann, die eigenen Themen auf den Coachee oder die Person, die gecoacht wird, zu projizieren, sondern das wirklich mit einem liebevollen Blick zu sehen und ich glaube, häufig ist Coaching noch sowas, wo Menschen glauben, man macht das nur, wenn man krasse Herausforderungen hat oder ich habe das ja damals auch mir selber gegönnt, weil ich vor einer Herausforderung stand und weil ich etwas hatte, was ich verarbeiten wollte, aber heute sehe ich das ein bisschen anders. Heute denke ich, jeder Mensch sollte sich das gönnen und zwar regelmäßig, weil es ist einfach, es verschafft einen ganz anderen Zugang zu uns selbst und es ist nicht etwas, was wir machen, weil etwas mit uns kaputt ist, sondern weil wir es uns selber wert sind. Ja, weil das Leben auch manchmal herausfordernd ist. Ja, und weil das Leben manchmal herausfordernd ist. Ich meine, Scott Peck schreibt es in seinem Buch, Der wunderbare Weg. Ich glaube, der erste Satz ist, das Leben ist hart manchmal. Und das ist einfach manchmal so. Und das ist auch okay so, dass es so ist. Aber ich glaube, der Austausch darüber, dass es manchmal so ist, um es dann annehmen zu können, um es dann auflösen zu können. Und das ist für mich zumindest etwas, was mir sehr viel Heilung schenkt. Und danach geht es mir auch besser. Und ich könnte mir jetzt natürlich auch einen niegelnagelneuen Camperband kaufen, aber die gleichen emotionalen Schmerzen hätte ich dann vielleicht... Du würdest mir das machen wollen. Ne, will ich gar nicht. Nein, ich meine nur, man könnte sich jetzt auch... Belohnen, meinst du? Mit etwas Materiellem ablenken oder man geht halt in eine geführte Reise, um die Themen aufzulösen. Und wie gut es tut, kann ich gar nicht sagen. Ja, ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu, der ist mir jetzt leider... Oh, entschuldige. Ne, der macht ja nichts. Kannst du lang Witz erzählen. Lieber nicht, die sind nicht so gut. Ja, oh Mann, ich stehe jetzt voll auf dem Schlauch. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah, es gibt ja auch, da ist es wieder, es gibt ja auch Lebensentscheidungen, die man unter Umständen noch gar nicht mit Freunden und Familie vielleicht auch besprechen möchte. Sei das Karrierewechsel, Standortwechsel. Sich selbstständig machen, großes Thema. Familiengründung, whatever, was auch immer das ist. Es gibt einfach Dinge und auch das hat verschiedene Dimensionen. Ja, das ist nicht nur, weil die anderen es vielleicht noch nicht verstehen können oder weil man sich ein bisschen schützen will, weil man sich in der Entscheidung sehr verletzlich fühlt, sondern auch, weil man in dem Moment, wo man das mit anderen Menschen teilt, kreiert man auch karmische Verbindungen. Ja, diese Menschen fangen an, das mit zu kreieren mit ihren Gedanken, mit ihnen alleine schon durch die Hinweise, die sie einem selber gehen, durch die Meinung, die sie vielleicht einem auferlegen. Ja, ungefragt häufig. Kleines Beispiel, meine Selbstständigkeit. Das habe ich mit meiner Mom geteilt und sie ist ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch und damals war ich noch nicht selbstständig, aber auf dem Weg dorthin und hatte schon mein erstes Projekt am Laufen. War zu dem Zeitpunkt, wenn ich es jetzt nachträglich überlege, vielleicht noch zu früh, weil sie hat dann gesagt, ja, und das schaffst du nicht, weil es gibt doch so viele Leute, die im Online-Marketing schon selbstständig sind und erfolgreich sind und das hat mir einerseits die Kraft genommen und andererseits ihre Angst hat sie auf mich projiziert. So, jetzt stehe ich da und bin gerade dabei, mein erstes Projekt zu handeln und abzuschließen. Einerseits mit der Energie, die ich jetzt vielleicht fehlinvestiert habe zu diesem Moment, die ich gebraucht hätte für das Projekt und andererseits aber auch dann mit mehr Angst, um das Projekt vielleicht noch besser abzuschließen. Nur so als kleiner Gedankengang, mit wem man manche Dinge vielleicht teilen sollte oder nicht. Ich bin trotzdem selbstständig geworden und sehr erfolgreich, meine Mama hat es auch verkraftet, aber das würde ich jetzt heute vielleicht nochmal, das wäre vielleicht was, was ich anders machen muss oder wollen würde, auch wenn ich jetzt fein damit bin, dass es so ist, weil es hat alles so funktioniert, wie das jetzt für mich funktionieren hätte können. Und funktioniert? Es funktioniert. Nein, aber das wäre halt einfach, war das für mich ein anschauliches Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Genau. Deshalb, das wollten wir einfach mal teilen, warum das auch nicht so ist, dass man, dass es manche Menschen gibt, die coachen halt oder werden gecoacht und für andere ist das irgendwie kein Thema. Das ist ein Thema für uns alle, egal ob wir uns selber als Coaches sehen, verkaufen oder nicht. Es ist kein Qualitätsmangel, wenn man zu einem Coach geht, sondern es ist eher, man bereichert sich selbst und damit auch andere. Es ist eine Entscheidung für uns selbst und es ist eine Entscheidung, über sich selbst hinauszuwachsen und sich Support zu holen. Und ich glaube, das ist was, was in unserer Gesellschaft im Moment gerade wieder am Wachsen und am Kommen ist, aber noch ein bisschen zu kurz kommt, Gemeinschaft. Einfach die Kraft der Gemeinschaft, die Kraft durch die Verbundenheit mit anderen Menschen, egal ob professionell oder mit Freunden und der eigenen Seelenfamilie. Deshalb, ja, wir hoffen, das gibt dir auch vielleicht eine neue Perspektive darauf, auch wie du dein eigenes Geld investierst. Ja, manchmal ist es vielleicht besser investiert, jemanden das auch dann zu genießen, diesen energetischen Austausch, weil das hat auch was mit, es geht nicht darum, nur jemand anderen zu bezahlen für etwas. Also angenommen, du machst jetzt bei uns ein Coaching, ja, natürlich wollen wir auch davon leben, aber es geht vor allen Dingen auch darum. Es nährt uns auch. Es nährt uns auch und es geht aber vor allen Dingen auch darum, dass du es dir wert bist, diesen energetischen Austausch zu machen, weil es gibt so viele Freebies heute, wo du einfach irgendwas bekommst und wie viele dieser Dinge landen im Postfach und werden nie angeguckt. Es geht um ein Commitment, ein Commitment an dich selber und eine Wertschätzung dir selbst gegenüber und auch dem Menschen gegenüber, der seine Zeit und sein Wissen investiert, die Impulse zu geben und die Raum zu halten, weil alleine dieser Akt des Raumhaltens ist so ein, nicht jeder Mensch kann Raum halten, das ist was, was wir natürlich lernen können und üben können, aber es ist ein super Geschenk. Ja, es ist ein Geschenk. Genau. Deshalb willkommen auch hier im Hardtalk-Raum. Und ja, wenn du... Wenn du Lust hast, mal mit uns in den Raum zu gehen, dann kannst du auf We're Here, We're Now bei unseren Angeboten mal gucken. Wir haben unsere Reise zu uns selbst in Pakete übersetzt, wo eigentlich jeder auf die Reise gehen kann und mit uns auf die Reise gehen kann. Die Türen stehen offen. Die Türen stehen offen und wir freuen uns. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Ich bin bereit, Moment. Tschöng dir ein bisschen.